Mein Name ist Todo. Ich bin Musikproduzent und Reggae-Sänger. Ich habe mein neues Studio in einen Schiffscontainer gebaut und werde in den nächsten drei Monaten auf verschiedenen Bässe der Schweiz mein neues Album produzieren. Das mache ich mit Solarstrom. Ich habe eine Solaranlage installiert. Mich interessiert alles, was mit Solarenergie zu tun hat. Darum nehme ich euch mit ins Bergell und zwar zu der Staumauer Albinia. Dort wird momentan die erste hochalpine Solargrossanlage gebaut.